Und das wollen wir nicht akzeptieren. Wo finde ich bei der Stadt eigentlich einen Praktikumsplatz? Wie vernetze ich mich am besten mit meinen KollegInnen? Wie werden wir zur zufriedensten Stadtverwaltung Deutschlands? Diesen Fragen widmet sich eine Gruppe junger, neuer Köpfe bei uns in der Stadtverwaltung. Anders an Probleme rangehen, gemeinsam neue Lösungen finden. Das ist das Ziel. Ein Labor voller Ideen. Neue KollegInnen bei der Stadt bedeuten auch immer neue Blickwinkel. Dieses Potenzial wollen wir nutzen. Wo gibt es vielleicht noch Optimierungsbedarf? Und wie könnte die Lösung aussehen? Leider nichts gefunden. Das ist eine Erfahrung, die viele SchülerInnen machen. Das ist nicht nur schade für die SchülerInnen, sondern vor allem für die Landeshauptstadt Kiel. Uns gehen viele motivierte, zukünftige MitarbeiterInnen verloren. Und das wollen wir nicht akzeptieren. Abschließend werden die drei ausgearbeiteten Ideen wichtigen EntscheidungsträgerInnen bei der Stadt präsentiert. Darunter zum Beispiel der Oberbürgermeister. Richtig gute Ideen haben so also die Möglichkeit, vielleicht sogar umgesetzt zu werden. Wir drücken die Daumen. Richtig gute Idee. Vielen Dank.